Meine Herren, es ist mir eine große Freude, dass Sie so vollständig gekommen sind. Ganz besonders freut es mich, dass sogar der Helmut Kohl gekommen ist, denn wir beide pflegen ansonsten keinen Kontakt mehr. Aber die Lage ist nun mal so, dass wir unsere Reihen wieder festgeschlossen halten müssen. Meine Herren, Sie wissen warum, ich Sie zu mir gebeten habe. Wir, also der Helmut Kohl, Friedrich Merz, Edmund Stoiber, Gerhard Schröder und auch meine Wenigkeit, wir alle sind die ungefragten Protagonisten einer von unserer Bundeskanzlerin geplanten Schmähschrift, welche sich schönfärberisch Autobiografie nennt. Aber im Grunde nur einem Zweck dient, uns alle, die wir uns hier versammelt haben, in den Augen der Öffentlichkeit bloßzustellen und herabzusetzen, das ist ein ganz und gar unerträglicher Gedanke. Ich bitte um Wortmeldung. Vielleicht machst du mal einen Anfang, Helmut, als unser Ältester. Also, was ich bei der Merkel nicht verstehe. Warum ist denn das Mädel so beliebt? Die ist doch rhetorisch und auch als Rednerin. Da ist die doch abärmlich. Oder wie sie schon tut es, Edmund? Als hätte sie Deutsch als erste Fremdsprache gehabt. Der war gut, Edmund, der war gut. Aber jetzt mal wieder im Ernst. Die Alte hat doch nichts auf der Pfanne. Das ist eine machtgeile Blenderin, bei der die Haare wichtiger sind als die ganze Politik. Ich sag nur des Kaisers neue Kleider. Und in Wirklichkeit ist die Kaiserin splitterfasernackt. Ist doch so. Ede. Ja, bei der Angela Merkel, da ist nichts dahinter. Da ist alles nur Fassade. Die Angela Merkel ist eine Mogelpackung. Und eine Blendgranate noch dazu. Basta. Das ist aber jetzt wirklich sehr fein beobachtet, meine Herren. Aber wir sollten jetzt auch mal den Friedrich Merz zu Wort kommen lassen. Herr Merz, was haben Sie zum Fall Merkel zu sagen? Also für mich ist die Angela Merkel mit Verlaub, ich sag das jetzt ganz ohne persönliche Häme, eine aufgeblasene, hochnäsige, pseudointellektuelle und klug schwätzende Angeberin, die auf äußerst plumpe Art und Weise versucht, das Wahlvolk mit Taschenspielertricks an der Nase herumzuführen. Seriös ist das jedenfalls nicht, was diese Dame da so treibt. Es ist sogar unseriös. Und außerdem hat die Angela Merkel überhaupt kein, also wenn sie mal hart auf hart kommt, da zieht sie, da hat sie überhaupt kein Standing. Und sie ist eine völlig verbitterte Frau. Ich vermute mal, das ist, weil sie aus dem Osten ist. Ich habe noch selten eine derart verbitterte Person in einem politischen Amt gesehen. Und verklemmt ist ja so eine verklemmte Person, ist mir überhaupt noch nie in meinem ganzen Leben untergekommen. Es ist mir auch ein Rätsel, warum die Angela Merkel immer so misstrauisch ist. Ja, wer immer so misstrauisch ist, der geht doch dabei von sich selber aus. Das ist doch eine Binsenweisheit. Außerdem ist die Angela Merkel eine absolut humorlose Frau. Ich habe diese Dame noch nie einmal herzhaft über sich selber lachen sehen. Das ist eben der Unterschied zu uns echten Politprofis. Ja, wir können doch jederzeit über uns selber lachen. Ich lache zum Beispiel sehr gerne über den Friedrich Merz. Und ich lache wirklich sehr häufig über den Edmund Stoiber. Und ich lache nur über einen. Ich lache über den Schäuble, wie er sich mit seinen 100.000 D-Mark Schwarzgild vom Schreiber zum Drüttel der Nation gemacht hat. Also, ich muss schon sagen, Helmut, das ist jetzt nicht der richtige Augenblick, um solche alten Kamellen aufzuwärmen. Außerdem ist mir der ganze Vorgang selber immer noch äußerst unangenehm. Ich habe ja damals nur deshalb gelogen, weil mir die Summe so peinlich war. Wenn es bei mir wie bei dir, Helmut, um richtige Millionen gegangen wäre, da wäre ich ja stolz gewesen und hätte auch nicht gelogen. Ganz im Gegensatz zu dir, der du ja sogar heute noch lügst. Ich lüge doch nicht. Ich sage bloß nicht die Wahrheit. Schäuble, ich erkläre dir das jetzt ein allerletztes Mal. Wenn man Millionen kassiert, dann muss man mit der Wahrheit auf Kriegsfuß sein. Bis man eines Tages dann doch noch den Friedensnobelpreis bekommt. Aber wegen so ein paar jemaligen Peanuts, da lügt man eben nicht für so eine Lüge. Da habe ich nicht das geringste Verständnis. Du spielst schließlich nicht in der Amateurliga. Also schäuble, sobald wir die Merkel entsorgt haben, da rede ich mit dir wieder kein Sterbenschwärtschen mehr. Da gucke ich durch dich wieder hindurch, wie durch den Geißler oder den Bietenkopf. Da bist du für mich wieder Luft. Oder noch weniger. Basta. Das war aber jetzt meine Vokabel. Naja, jedenfalls werden wir die Merkel, die olle Fregatte mittelfristig versenken. Langfristig richtet diese Frau für die politische Kultur unseres Landes unermesslichen Schaden an. Das sehe ich genauso. Wenn die Alte weiterhin ungestört am Markt bleibt. Da macht die doch die Bahn frei für sämtliche Quotenquallen des Postfeminismus. Da wird am Ende noch die Nahles ihre Nachfolgerin. Und koaliert womöglich mit der Rot. Dieses Elend passt aber dann auf keinen Bierdeckel mehr. Oder sie koaliert eines Tages mit meiner Ex, Parteifreundin der Pauli. Dem Latex-Luder, dem Lästigen. Also mit dieser Pauli würde ich auch ganz gerne mal koalieren. Herr Schröter, das ist hier keine Comedy-Sendung. Das ist hier ein Krisenstab. Jetzt sind wir wieder im Ernst. Das ist schon wieder mein Text. Was ist denn hier los? Na ja gut, Hauptsache, dass Merkel macht sich vom Acker. Eine gute Nachfolgerin wäre ja auch meine Doris. Das ist eine echte Super-Doris. Klug, kompetent und sexy. Genau wie meine Muschi. Ja, dann könnt ihr meine Super-Doris mit der Stäuber-Muschi. Also nur mal so ins Unreine. Spekuliert. Apropos Unrein. Meine Herren, ich muss Sie dringend zur Tagesordnung zurückrufen. Es ist fünf vor zwölf und die Uhr, sie tickt immer schneller. Die Lage ist bedrohlich. Ich vermute sogar, dass die Angela Merkel inzwischen schizophren geworden ist. Erst kürzlich. Da ist sie im Parlament eingenickt und hat dann im Schlaf vor sich hin gemurmelt. Und was da zu hören war, das hat alle Umstehenden sehr nachdenklich gestimmt. Da kamen Worte vor wie Wurzelhaar. Und Tigerinnen dunscht. Und irgendwas von einem Hauch von einem Nichts, das ihr von den Schultern flattert. Meine Herren, das sind nicht mehr die Träume einer stabilen, im westlichen Wertekonsens verankerten Persönlichkeit. Nein, meine Herren, unser größtes Sicherheitsrisiko, das ist ab sofort nicht mehr der Islamismus. Unser größtes Sicherheitsrisiko, das ist die Angela Merkel.